Klimaschutz kennt keine Grenzen. Bestes Beispiel ist das Waldviertler Kernland in Niederösterreich. 13 ländliche Gemeinden haben sich zur Klima- und Energiemodellregion zusammengeschlossen. Als einzige Region Österreichs nimmt sie am Projekt 100% Rest-Communities teil. Das erworbene Know-how bei Sanierung erneuerbarer Energie, Photovoltaik, Hackgut bzw. Biomasse-Nahwärmeanlagen wird exportiert, um in Zukunft 100% des Bedarfs aus regionalen erneuerbaren Energiequellen zu decken. Das Waldviertler Kernland begleitet nämlich im Rahmen eines Mentoring- und Twinning-Ansatzes drei Jahre lang als erfahrene Energieregion eine lernende Energieregion in Tschechien. 2016 wird die gesamte Region mit vier Windkraftanlagen zu für je drei Megawatt zum Stromexporteur.